hallo und willkommen zu einer weiteren folge von world of warships mein gott ist das schwer zu quatschen ja ich bin ben hoschi und ja heute eine kleine folge wieder mit der cleveland auf der map der zwei brüder als standard gefecht haha ja mein reden nicht wundern ich war beim zahnarzt und ja mein lieber netter zahnarzt hat mir zwei zähne gezogen und das ausgerechnet auch noch die schneidezähne und bis ich da ersatz bekomme dauert es halt ein bisschen und deswegen entschuldigt bitte wenn ich so komisch quatsch ja die schlacht beginnt so dann wollen wir mal sehen was wir hier machen ob wir überhaupt etwas gutes machen können heute obligatorischer genau meine ich doch dann drücken wir uns mal verdrücken wir uns mal nach rechts obwohl die meisten nach links fahren oder fahren wir auch nach links ja komm fahren wir mal alle nach links wollen wir mal in den flottenverband gehen ja nur falls es irgendjemand interessieren sollte ab nächste woche werde ich mal mein glück mit der division versuchen aided ist er aber ich kann so nicht reden ich habe mir eine neue grafikkarte geholt und das war die geforce gtx 980 ti und da war natürlich gleich wieder ein spielchen mit bei und das war tom clancy's the division da habe ich jetzt auch den code für bekommen ich konnte es mir gestern konnte ich mir runterladen und jetzt werde ich da mal ein bisschen was vorbereiten und das wird dann auch kommen dafür fällt natürlich auch wieder eine kleinigkeit weg weil wie gesagt aus zeitgründen ich schaffe es einfach anders nicht fallout 4 wird wegfallen ist zwar noch lange nicht beendet aber der muss halt der sozusagen den sendeplatz räumen aber ist auch nicht allzu schade weil ich sag mal ich hab pro woche ein bis zwei zuschauer da in den hochzeiten nein also ist wirklich also ist halt nicht so prickelnd zu weit vor viel zu weit so dann machen wir mal y und sagen klein katapult jäger katapult jäger in der luft da kommen schon wieder die torpedos angewetzt south carolina was macht die denn hier mit dem bank wo ist der chipchen da ist es wendet wieder ab die muhr manz und gibt's ein treffer nein in 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da irgendwo ballert es hin und her hier. Ja. Hauptturm ist explodiert. Klasse. Ein Geschütz weniger. Ja, ey, ist das zum Heulen. Na? Na, also. So, das Ding ist hinüber. Da kommt aber gleich der Nächste hinterher. Natürlich nichts getroffen. Ist klar. Also ein Turm mehr oder weniger, das macht eine Menge aus. Schade. Schade. Da kommt der Nächste. Da kommt der mal mehr dann. Da kommt der Nächste hinterher. Nein, wo? Gegnerischer Kreuzer zerstört! Ach, schade. Ja, dreht er auch noch, ey. Nein, nein, nein! Nein! Oh, das gibt's doch nicht, ey! Kritischer Maschinenschaden! Problem gelöst! Ja, schade. Ja, das ist dann schön, wenn man hier immer so Slalom fahren darf. Und? Ja! Das Gegnerische Team hat die Führung übernommen! Schade. Aber irgendwo war das klar. Das übliche Thema, ich bin zu offensichtlich gefahren. Ja, aber schade, das dauert hier wahrscheinlich doch noch um einiges länger. Ich hätte gerne gesehen, wie das jetzt hier ausgeht. Hätte ich euch gerne gezeigt. Ja, aber das baut hier alles schon viel zu lange auf. Ja, ne, das dauert alles noch viel viel zu lange. Ne, ne, dann würde ich einfach mal sagen, ja, danke ich euch fürs Zusehen. Das war's dann für heute. Äh, ja, wenn's euch irgendwie gefallen hat, lasst mir ein Däubchen nach oben da. Auf jeden Fall abonniert meinen YouTube-Kanal, wenn ihr mögt. Schreibt mir in die Kommentare. Und schaut doch mal meine anderen Let's Play rein. Dann vielleicht ist ja für den einen oder anderen noch was Interessanteres mit dabei. Okay. Ja, also, dann sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche euch was. Euer Ben Horschi.